Hi, hi! Es gibt heute wieder ein Style & Talk und dieses Format wird es jetzt regelmäßiger geben. Und das mache ich deswegen, weil ihr es ganz gerne mögt. Ich will jetzt nicht lange ins Quatschen kommen, wir legen einfach los nach dem Intro. So, ihr merkt schon, dieses Format kommt ein bisschen häufiger und ich möchte das als Konstante so ein bisschen auf diesem Kanal haben, weil meine Zuschauer dieses Videoformat echt gerne mögen. Ich möchte halt meinen Zuschauern auch ein bisschen was bieten. Es gibt immer so dieses, die Leute, die von außen kommen, das ist meistens für die Reviews. Und dann gibt es noch ein Format, wie jetzt das hier, was ihr Zuschauer angucken. Und es ist eben auch eine Möglichkeit, mit euch zu reden. Und es gibt halt auch wieder so ein bisschen was. Ihr merkt schon, es gibt einige Themen, da bringt auch Fragen, weil mir nichts, da antworte ich nicht. Aber ihr könnt immer fragen. Also Fragen kostet nichts. Wie jede Frage, die gestellt wird, bin ich nicht sauer, wenn es Dinge sind, die ich nicht beantworten möchte. Na, das ist ja immer in meinem Ermessen. Ich werde mich wieder so ein bisschen herrichten und ich verwende wieder hier das da von Puro Bio. Das ist recht flüssig und stark pigmentiert. Und heute habe ich echt eine fleckige Haut. Wow. Richtig krass. Also normalerweise stört mich das nicht. Ich habe auch schon meine Pflege drauf und so. Aber ich sehe hier gerade echt jede Menge Rötungen. Das ist richtig krass. Man braucht da nicht so viel wie beim Vorstellungsvideo. Ich habe die mal vorgestellt. Das packe ich mal am besten und das eh. So viel braucht es aber nicht. Aber so ein bisschen schon. Ich habe jetzt so ungefähr drei Tropfen. Also so ein bisschen gibt es heute zu besprechen. Vieles findet halt auch auf meinem Zweitkanal statt. Minimalistisch, intuitiv, vegan. Falls du den noch nicht kennst, gerne mal vorbeischauen. Und ich habe auch einen Discord-Sanal. Und den Link dazu findest du unten in der Infobox. Da haben wir einen Skincare-Raum. Scheu dich da nicht. Ich wäre am Anfang auch so. Und dann habe ich mir noch einen eigenen Server eingerichtet. Ich bin aber ganz froh, dass ich die Jungs und die kalte Pfote habe, die sich da wunderbar auskennen mit Discord. Und mir da wirklich eine ganz große Unterstützung sind. Wir sind auf dem Server gleichwertig. Sprich, ich bin zwar Server-Eigentümer, aber auf dem Server dürfen die Mots so agieren, wie ich agiere. Die besprechen da alles. Und wer Discord nicht kennt, Discord ist nicht eine Plattform, wo es um mich geht. Es gibt zwei Räume, wo es um mich geht. Ja, das ist zu meinen Kanälen. Einmal zu die kleine Coco und einmal zu minimalistisch, intuitiv, vegan. Ja, aber dann geht es viel mehr um Themen, die euch interessieren und die so ein bisschen auch meine Kanäle widerspiegeln. Also, das finde ich schon auch ganz wichtig. Weil Discord hat sich einfach auf YouTube noch nicht so etabliert. Also, das kennt man noch nicht. Also, kennen tut man es schon. Aber es wird halt nicht so mega viel verändert. Ich habe gerade mal wieder festgestellt, wie viele Sachen ich inzwischen auf YouTube nicht mehr sehe. Ich habe eine Zeit lang regelmäßig Jasminar geguckt. Hier jetzt wieder in Stuttgart gelebt. Ich habe eine Zeit lang in England gelebt, in London. Und ich habe bemerkt, ich werde benachrichtigt. Ich habe bei der Glocke alles an. Aber ich gebe trotzdem Tage später erst die Nachricht, dass die Videos hochlädt. Tage später. Und das hängt halt damit zusammen, dass ich bei ihr keine Interaktion mehr leiste auf den Videos. Und mir immer mehr Videos einfach durchgegangen sind. Das ist halt normal. Und das ist schade. YouTube entwickelt sich in die Richtung, wo es halt für Creator immer schwerer wird. Und für mich ist es auch so ein kleiner Versuch. Wie übt sich dieses drei Videos... Das mit dem Set mache ich jetzt mal noch nicht. Wie übt sich das mit diesen drei Videos auf meine Videos aus? Also auf meinen ganzen Kanal aus? Wird es dann mehr geguckt? Weil im Moment ist es so... Aber das sieht man auch bei allen anderen. Deswegen finde ich diese Entwicklung von YouTube so schade. Das mit der Glocke hin oder her, okay. Aber wenn das halt auch nicht mehr richtig funktioniert. Damals bin ich dann halt hergegangen und habe mich deswegen Discord eingerichtet. Weil Discord, wenn du die App auf dem Handy oder auf dem Rechner hast, du kriegst dann eine E-Mail, wenn ich ein Video hochlade. Geschweige denn, wenn du dich regelmäßig auf Discord aufhältst, kriegst du... Das war übrigens das hier wieder. Kriegst du das eh mit, weil der Kanal dann dick unterlegt ist. Ich zeige ab und zu mal in meinen Livestreams auf meinem Zeitkanal, wie das so rauszieht. Das war jetzt aber. Jetzt auch. Jetzt kommt mein neuestes Teilchen, ein Puder von Alverde. Ich hatte mir erst überlegt, so diesen Mineralpuder zu nehmen. Der ist aber komplett weiß. Und wir wissen von Alverde, viele Sachen von Alverde funktionieren halt einfach nicht. Und da hatte ich echt keine Lust, das auszuprobieren. Also bin ich eher hergegangen. Und... Puder... Das ist mal wirklich eine Sache, die ich nicht mehr da hatte. Gestern bin ich echt mal hergegangen und hab meine Pinsel ausgewaschen. Es sind immer noch zwei. Deswegen hab ich jetzt nur so einen kleinen Puderpinsel, die noch nass sind. Und das hab ich mir gedacht, das hab ich zwischendrin gestern gemacht, weil ich gestern einen recht turbulenten Tag hatte. Und dann hab ich das nur so schnell gemacht und hab die nicht genug ausgewringt. Es sind die halt immer noch nass. Liegen auf der Heizung. Ihr wisst ja, bei Pinsel ist es wichtig, dass ihr die dann nicht so hinstellt, weil sonst löst sich der Pinsel auf. Sonst lösen sich alle Haare raus. So. Und meine Haare sind halt auch so ein bisschen komisch, crunchy. Ich hab dieses feste Shampoo von Wolkensämpfen verwendet mit der Henna. Da ist auch so ein bisschen Salz mit drin. Und ich hätte mir erst gedacht, das ist eine gute Idee, aber offensichtlich nein. Ich hab gesagt, ich zeig dir Sachen nur ein bisschen mehr. La Vera Highlighter. Mein DM hat diese dekorative Kosmetik von La Vera leider nicht mehr. Finde ich schade. Ja, es wird jetzt zukünftig drei Videos die Woche geben und ein Video davon ist immer so eins. So kommen wir am aller allerbesten in Kontakt. Finde ich gar nicht mal so übel. Also ich bin auch am überlegen, ob ich nicht so was ähnliches auf meinem Zweigkanal machen soll. Aber da haben wir ja eben die Livestreams und da kann man auch viel besprechen. Und dann mal schön dran riechen. So, jetzt tue ich aber mal wirklich die Eyeshadow Base direkt drauf. Eyeshadow Base ist von Altera. Die ist okay. Ich mag die. Okay heißt aber nicht, ist nicht die beste. Aber man muss halt eben bei so dekorative Kosmetik einfach aufpassen, dass das kein Mikroplastik enthält. Und solche Sachen sind meist voll davon. Das ist so schade. Und da wird halt nicht drauf geachtet, da wird nicht aufgeklärt. Bisschen bei Pflegender Kosmetik jetzt bei den gelligen Marken wie Balea und Isana und so. Ja, da wird es gemacht. Und die Marken entdecken auch, das ist ein Verkaufsargument, wenn wir draufschreiben, ohne Mikroplastik. Vegan ist auch ein Verkaufsschlager, sind wir mal ehrlich. Aber immerhin das, als wenn gar nichts gemacht wird. Klar, es ist profitiert dahinter, aber für mich ist das okay. Es ist für mich auch okay, dass immer mehr Marken vegane Produkte rausbringen. Das ist halt einfach wesentlich einfacher für Menschen, die noch nicht so fit in der Materie sind. Was ich gerade gehört habe, ist übrigens meine Heizung, die im Hintergrund fröhlich vor sich hinrattert. Ich habe da so ein Thermostat dran, der immer zurückregelt, weil Energiekosten sind ja wahnsinnig teuer inzwischen. Und das bringt schon was. Der Thermostat, der hält halt nur eine Temperatur, 21 Grad habe ich es glaube, eingestellt. 21 Grad. Das reicht mir persönlich, reicht es aus und hält dann die Temperatur auch konstant, was richtig gut ist. Weil wenn euer Raum auskühlt, ich bin da meist so drin, ich vergesse mal, die Heizung anzumachen, dann bräuchte ich wesentlich mehr Energiekosten. Ja, ich schmink mich in letzter Zeit wieder ganz gerne und nutze das natürlich auch für die Kamera aus. Nicht sagen, was das betrifft, recht ruhig um mich gewesen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich halt einfach keine Zeit hatte. Muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ich mache jetzt inzwischen mehr Sport und jetzt kommt das eigentliche Thema, über was ich mit euch reden möchte. Weil ein Teil, was jetzt auf meinen Zweitkanal umgezogen ist, hat eben auch hier auf dem Kanal stattgefunden und das war das intuitive Essen. Ich muss mich mehr kontrollieren im Essen. Das ist gerade so wichtig. Ich nehme ja Hormone ein und mein Körper versucht sich da jetzt einfach zu regulieren und mein Stoffwechsel leidet darunter und zwar richtig heftig. Ich will mich nicht zu sehr einschränken, indem ich will mir auch keine Verbote erteilen. Das will ich auch nicht, aber ich muss mich kontrollieren. Und ich weiß es noch nicht, inwieweit ich mich kontrollieren werde, ob ich mir jetzt eine Kalorienziel-App nochmal drauf mache. Ich habe FTDB, habe ich eh auf meinem Handy drauf, finde die aber nicht ganz so gut. Es gibt so eine App, so eine Kalorienziel-App, ich glaube, die hat gegen Ende nicht mehr richtig funktioniert. Da habe ich dann eine andere gebraucht, wo du eben deine Bewegung auch mit eintragen kannst, sprich, wo du dann weißt, was für, wie sagt man, wie viele Kalorien du noch an dem Tag essen kannst. So will ich das nicht so krass, geistesgestört machen, wie ich es früher gemacht habe. Früher war ich ja so drauf, 1200 Kalorien, habe mich immens runtergehungert und so natürlich nicht mehr. Ich habe jetzt nicht vor, 60 Kilo zu wiegen oder so, wo ich mir auch im Klaren ist, dass ich das nicht mehr ohne weiteres schaffen werde oder dass ich mich immens einschränke. Das geht halt nicht. Ich gehe einmal pro Woche ins Fitnessstudio. Ich gehe, das war ich gestern laufen, ich gehe morgen laufen und ich versuche am Freitag laufen zu gehen, also dreimal die Woche laufen gehen. Dann will ich einmal ein Tabata Kettlebell Training machen und mich aber echt auch nicht zu sehr übernehmen. Ich habe mich jetzt tatsächlich gegen das Fitnessstudio erstmal entschieden. Ich wollte einen Vertrag machen, aber das Problem ist halt wirklich, wir haben hier gerade so hohe Corona-Zahlen, dass ich einfach, was das betrifft, immens vorsichtig bin. Ich frage mal in dem Fitnessstudio, wo ich zur Zeit bin, wenn ich aber nur einmal pro Woche, ob es die Möglichkeit noch gibt, monatlich zu kündigen, weil einen Zwei-Jahres-Vertrag werde ich nicht unterschreiben. Das Geld habe ich nicht. Weil hinterher ist es dann wieder so, dass du nicht gehen kannst. Klar, die Leute müssen auch unterstützt werden. Das verstehe ich schon. Aber bei mir ist es momentan finanziell einfach nicht möglich. Und da haben primär gerade andere Sachen Vorrang. Aber es ist halt eben auch wichtig für meine Bandscheibe, dass die nicht irgendwann komplett aufliegt, auf der anderen Zwei ist mein Problemgebiet. Und da ist noch so ein kleines bisschen. Und schon allein für meine Bandscheibe und für meinen Magen muss ich halt Gewicht verlieren. Ist so. Wir müssen ganz klar darüber sprechen. Und da werde ich mich ein bisschen kontrollieren müssen. Ich werde jetzt keine super strenge Diät machen. Da habe ich gar keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt übrigens, ich vergesse das immer, wenn ich rede. Ich habe jetzt übrigens den Lidschatten von Lili Lolo aufgetragen. Das ist kein Lidschatten. Das ist Mineralfoundation. Die trage ich meistens aufs Augenlid. Das funktioniert ganz gut. Ich mache das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Das muss ich an der Stelle schon sagen. Das ist nicht gerade eine Idee. Weil gerne kontrolliere ich mich einfach nicht. Aber ich muss auch eingestehen, dass ich einfach fühle mich rein körperlich geraten. Ich bin gerade so krass unwohl, dass ich einfach was tun muss. Ich habe ein Lipödem. Eine weitere Zunahme kann ich mir persönlich nicht leisten. Fakt ist aber auch, dass ich meine Ernährung so weit umstellen muss, dass ich jetzt nicht in ein Defizit gehe, was unrealistisch ist, wie die genannten 1200 Kalorien. 1200 Kalorien reichen, wenn du den ganzen Tag im Bett liegst. Und so bin ich früher zum Sport gegangen, müsst ihr euch mal überlegen. Und da machst du dir halt auch den Stoffwechsel mit kaputt. Der schläft ein mit der Zeit. Wenn dir irgendjemand was anderes sagt, dann lügt er dich bewusst oder unbewusst an. Das ist halt nochmal so. Und mein Körper tut sich anhand eben der hormonellen Geschichte gerade so, 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 so schwer. Der versucht sich halt auch einzustellen, was gerade ganz cool ist. Dazu gibt es Videos bei mir auf dem Zweitkanal. Da geht es dann spezifisch um den Pro-Restauron-Mangel. Und wenn du da Interesse daran hast, kannst du gerne mal reingucken. Und da hat mein Körper echt dran zu knabbern. Ich lager immer noch Wasser ein, dass es kracht. Und ich werde mich jetzt mal die nächsten zwei Wochen intensiver mit meiner Ernährung auseinandersetzen. Sprich, auch diese ganzen Fertigprodukte mal sein lassen. Mache ich gerade eh. Also keine Pizza. Pizza, wenn sie mich anmacht, ganz wichtig. Das intuitive Essen behalte ich definitiv bei. Wenn mich Dinge speziell ganz krass anmachen, dann werde ich die essen. Kein Thema. Aber ich muss irgendwie, muss ich da als einen Mittelweg finden. Und ich finde das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Das ist so nervig. Aber durch das jahrelange Diäten habe ich mir hart meinen Stoffwechsel so kaputt gemacht, kann man an der Stelle sagen, dass ich halt einfach nur wenig Essen vertrage. Und ich habe, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe jetzt eine Zeit lang gefrühstückt, wenn mein Magen das halt einfach besser vertragen hat. Aber ich kann halt auch nicht aufs Abendessen verzichten. Kann ich nicht. Und durch diese Frühstückerei habe ich halt so genommen, müsst ihr euch mal überlegen. Und das geht halt nicht. Das geht halt echt nicht. Und ich bewege mich jetzt schon in einem Rahmen, wo es halt echt viel zu viel ist. Ja, aber was soll's. Was soll's. Jetzt warte ich erst mal, bis meine Periode vorbei ist. Weg mich mal nochmal. Weil meistens ist es so, dass ich in der Zeit unwahrscheinlich viel Wasser einlagere. Muss man halt auch noch mitrechnen. Äh, mit einberechnen. Und dann kann man mal noch weiter sehen, wie es dann zukünftig laufen wird. Und ich strebe kein Gewicht an, was unrealistisch ist. Also wie gesagt, die 70 Kilo sind für mich realistisch. 60 sind's nicht mehr. Und ich möchte mich da auch nicht, ähm, quälen. Das definitiv auch nicht. Also, früher mit meinen 1200 Kilokalorien, das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Qual. Weil ich hatte dann auch den ganzen Tag Hunger. Das geht gar nicht. Ja. Andererseits frage ich mich dann schon auch, wenn es gestern hatte ich so einen Tag, ich trinke gerade kein Saft mehr. Also ich trinke eh nie purer Saft, sondern einmal am Tag halt für meinen Gerstengras ein bisschen Saft. Äh, und dann Wasser und eben dann Gerstengras und Chia. Und das lässt sich gerade sein. Also Kalorien einsparen, wo es nur geht. Das ist total lächerlich, aber es geht halt gerade im Moment nicht anders. Und, ja, zum Sport gehe ich ja eben auch, aber man hat mir früher immer beigebracht, wer Sport macht, nimmt automatisch ab. Das ist auch absoluter Blödsinn. Es hängt halt immer damit zusammen, wie du isst. Und, wenn du halt immer über dein Limit isst und trotzdem Sport machst, und dann schon trotzdem zu nah. So, ich hab gestern zum Tag gehabt, ich hab Schubfludeln gegessen, mit Blaukraut, bisschen Tomatenketchup, so wie ich es immer mach. Am Abend dann, äh, zwei Scheiben Brot mit Aufstrich und einem Salatblatt. Und, mehr habe ich nicht gegessen. Klar, am Wochenende war ich vielleicht ein bisschen drüber. Okay. Da hab ich immer so eine, ähm, Schüssel mit Linsensalat gemacht. Und der ist meistens immer schon, ja, recht energieaufwendig. Das sind aber gute Energien. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Naja. Und das Wochenende nütze ich halt immer dafür. Ich will es nicht übertreiben im Sport. Es muss eine Routine werden, die ich regelmäßig mache. Und die ich in meinen Alltag einbinden kann. Das ist eben auch ganz wichtig. Regelmäßig sehe ich heute schlecht. Ja, ich sehe heute schlecht. So. Das ist übrigens der Eyeliner von Alter. Ich mag den aber nicht so, weil der trocknet erstens komisch. Das macht er nicht vernünftig schwarz. Das ist ebenso. Okay. So. Okay. So. 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 So kann man so lassen, wobei der nicht so gut geworden ist, das ist egal, der guckt ein bisschen weiter nach oben, ist egal, ist egal. Jetzt versuche ich das hier mal noch mal. Meine Heizung ist heute sehr, 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 sehr laut, das macht es normalerweise auch nicht. Jetzt bitte ich vielmals über Entschuldigung. Es wird wahrscheinlich so gerade an der Grenze sein, ich habe 21 Grad eingestellt und wenn das halt unter 21 geht, dann springt dieser Thermostat wieder an. Thermostat, das war jetzt ein bisschen schwäbisch. Also mich bei meinem Vorhaben nicht falsch verstehen, ich habe nicht vor, eine mega krasse Ehe zu machen, wobei 10 Kilo schon ein Vorhaben sind, aber das gehe ich aufs nächste halbe Jahr ein. Also sprich, 10 Kilo in zwei Monaten wäre vollkommen bescheuert, zumal der Weihnachten dazwischen ist. Nee, also so krass bin ich dann schlicht und ergreifend auch nicht mehr. Aber ich muss halt, ich muss, ich muss ein bisschen abnehmen, das geht halt anders. Für meinen Rücken, für meine Gesundheit, für meinen Magen, das geht halt echt nicht anders. So ihr Lieben, das war's von meiner Seite, ich bin fertig, meine Haare sind heute blöde, macht's gut, die Haltung schon wieder, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!